Hi ihr Lieben, ich habe einen ganz ganz kleinen Mini-Action-Hall für euch. Ich war nämlich im Action, weil ich meine Druckerpatronen brauchte und ja, hab dann drei, fünf Kleinigkeiten mitgenommen. Unter anderem diese schöne Decke für mein Schatzi. Die ist echt cool, die ist nämlich dicker irgendwie und auch ein bisschen größer. Genau, die bekommt ihr am Freitag. Am Freitag hat nämlich mein Lieblinggeburtstag und wird zehn Jahre alt. Und deswegen habe ich auch einmal diese mitgenommen für mein Liebling. Ich habe die noch nie ausprobiert. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Also sollte ja eigentlich gehen. Und ich dachte ja, für mein Schatzi, ihr wird zehn Jahre. Und dann habe ich Duftkerzen gekauft, endlich mal wieder. Ich habe nämlich keine mehr. Also das sind jetzt hier diese Duft-Teelichter. Ist übrigens auch teurer geworden. Die haben, glaube ich, mal 1,22 oder irgendwie so gekostet. Auf jeden Fall sind die jetzt schon bei 1,69 oder irgendwie so 1,89 sogar. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall wurde das alles teurer, aber es ist ja nichts Neues. Dann habe ich zweimal Dostflächer mitgenommen. Einmal Eistee und einmal Wassermelone. Die sind eigentlich mal zwischendurch ganz lecker. Dann zweimal hier diese Klohänger. Die waren auch gerade in der Werbung. Zwei Klebemäuse. Die braucht man ja immer irgendwie. Also ich bin halt... Und dann habe ich einmal die Luftballons gekauft. Weil ich dachte, ach komm, nimmst du mal mit. Ich war ja da in der Abteilung wegen den... Es war so Zufall. Ich habe diese Folienballons gesehen und dachte, Mensch, guckst du mal, ob du hier eine Zehn zusammenbekommst für Schatzi. Und genau. Und dann habe ich halt diese normalen Luftballons gesehen, diese Neonteile. Und dachte, nimmst du mal mit. Der Schatzi, der liebt es total, Luftballons kaputt zu machen. Dann dachte ich, ja, zur Feier des Tages werde ich ihn mal hier einige aufpumpen und aufpusten. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Und ja, haben wir ein bisschen Deko. Und Schatzi darf die dann später kaputt machen. Das wird bestimmt lustig. Da werde ich bestimmt auch das ein oder andere Video machen. Dann habe ich einmal Nivea Deo gekauft. Das war auch gerade in der Werbung. Das ist ja mein Liebling unter den Deos. Dann brauchte ich Kartentütchen. Zwei neue 13x13er. Ich habe nur noch die A6er. Habe ich auch nur noch die Beinen bekommen. Die waren nämlich alle. Und zu guter Letzt, deswegen bin ich zum Action gefahren, brauchte ich halt meine Patronen. Ich hatte nämlich auch alternativ mal geguckt bei Amazon oder überhaupt gegoogelt bei Ebay. Die sind überall echt einfach teuer für meinen Drucker. Ich habe ja den Canon PIXMA TS 9550. Steht ja auch hier bei der vorletzten Zahl. Steht ja drauf. TS 9550. Genau. Und die sind im Action einfach am günstigsten. Ja. Es ist einfach mal so. Und deswegen musste ich unbedingt heute zum Action. Ich musste, ob ich wollte oder nicht. Und weil ich musste eine Bestellung fertig machen. Und ja, mitten bei der Bestellung. Gestern war nämlich dann mein Gelb alle. Genau. So meine Lieben. Und das war es auch schon. Ein kleiner, feiner Action Haul. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.